einen wunderschönen guten morgen liebe traderinnen und trader und damit herzlich willkommen zu den heutigen handelsideen hier präsentiert von tigme ihrem broker für forex aktien indizes rohstoffe anleihen und kryptowährung ich hoffe der ton ist gut unsere bauern hier in der gegend sind regen long gegangen die sind erfüllt worden wir haben hier ordentlich regen gerade wo ich wohne in meinem handelsbüro das heißt ich hoffe der lärm auf dem fenster ist nicht zu laut ludke einen schönen guten morgen schön sie wieder hier live mit begrüßen zu dürfen damit wie immer auch die einladung an sie liebe zuschauer die hier auch live am schirm sitzen und das ganze verfolgen wenn sie mögen stellen sie ruhig den ja fokus auf ihre charts mit und stellen sie die ein oder andere frage gerne auch zu ihrem wunschmarkt ich nehme mir hin und wieder auch die zeit ihre charts zu analysieren denn das passt natürlich hier in unseren rahmen und damit zum obligatorischen risikohinweis der handel mit devisen und cfds auf margen kann zu verlusten führen sie riskieren ihr eingesetztes kapital zu verlieren das zum risikohinweis olav einen schönen guten morgen so und damit direkt in die ideen rein heute geht es um die währungspaare euro kann dollar um das us dollar japanische yen und wir gucken uns mal den ölpreis an alvin einen schönen guten morgen ein neuer gast hier freue mich dich direkt mit dabei zu haben also bevor wir in die charts hineingehen für kurzfristige trades natürlich immer ein blick auf die tagesnachrichten die tagesnachrichten für heute um 13.30 mit der höchsten relevanz natürlich beginnen wir das ist die ezb die veröffentlicht heute den bericht des geldpolitischen treffens um 14.30 gibt es aus den usa neue nachrichten zum verbraucherpreisindex hier wird die kernrate für den monat juni veröffentlicht was gibt es noch im laufe des tages um 10 uhr morgens also hier deutscher zeit gibt es schon eine nachricht aus den usa und zwar die in die entschuldigen sie die energiebehörde der usa veröffentlicht hier ihren monatsbericht und dann gibt es im laufe des tages hier um was haben wir hier um 11 uhr genau die industrieproduktion für den monat mai in der eurozone wir haben heute das treffen der euro gruppe das heißt hier kann es einige informationen geben die doch die märkte auch hin und her bewegen können da wird ja momentan viel über das thema der flüchtlinge gesprochen das ist jetzt so das können wir nicht ändern aber andere informationen können hier schon die ein oder andere auswirken auch auf die märkte haben um 14.30 gibt es dann um den punkt dem verbraucherpreisindex noch einige nebeninformationen das heißt hier haben wir noch die kernrate für das jahr und der verbraucherpreisindex für den monat juni dann gibt es um 14.30 noch die erstanträge auf arbeitslosenhilfe aus den usa und ja das sind so wichtige informationen rund um den tag sprechen noch zwei fomc mitglieder die immer mal ein wenig bewegung bringen können ah elena ich sehe du bist auch wieder mit an bord einen schönen guten morgen auch an dich und damit würde ich sagen gehen wir direkt in die charts hinein und zwar starten wir was habe ich hier gerade offen ich habe gerade offen den us dollar japanischen yen ich mache für sie den chart mal noch so dass das marktfenster die marktübersicht hier zu ist damit wir etwas mehr platz haben ja was haben wir hier interessanter bereich gestern ich habe den wert gestern den ganzen tag auch schon mit beäugt was hier an dieser stelle kommt weil gestern tingelte der markt so ein bisschen immer mal um diesen bereich hier den ich für sie rot markiert habe um die marke um die 111,356 hin und her er konnte sich nicht so richtig entscheiden ich habe gesagt na will er es nun nach oben wissen oder nach unten müssen aber wir sehen was jetzt passiert ist der markt lief nach oben hat dann gestern auch sehr schön noch entsprechend diese tageshochs hier angegangen wenn wir uns mal die stunde kurz anschauen hier sehen wir das ganze dieses entsprechende immer wieder hoch laufen an diesen in diesen widerstand hinein dann ging es wieder runter aber dann hat es hier entsprechend doch deutlich jetzt nach oben gezogen hier sehen sie ein schöner aufwärts gerichteter schub hier in der stunde zu sehen das heißt wir haben hier das level an dieser stelle das heißt hier kann dieser markt sich jetzt oben drüber etablieren ich habe hier unten mal noch ein paar widerstände angezeigt die entsprechend beziehungsweise unterstützung angezeigt die markt liegen beziehungsweise ja lagen diese liegen ja immer noch da haben jetzt nur nicht mehr diese relevanzen das heißt der markt ist schön oben drüber gegangen das ist ein sehr 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 gutes zeichen dass hier sozusagen dieser blau eingezeichnete aufwärtstrend sich deutlich nach oben hin fortsetzt mittelfristige anlaufziele wären dann bei einer fortsetzung von weiteren kurssteigerungen hier oben diese bereiche die für sie markiert habe um die 113 342 beziehungsweise hier haben wir ein paar hochs liegen bei 113 732 bevor der markt dann hier in diesen widerstandsbereich von 114,425 laufen kann wie lang das dauert wissen wir nicht ob das ein einschub passiert oder ob das trendig passiert das werden wir hier sehen aber interessant ist auf alle fälle was jetzt hier passiert der markt ist hier weit gelaufen das heißt für meinen geschmack wäre es jetzt hier interessant aus einer korrektur heraus rein zu kommen das heißt da können wir uns einfach mal den stundenchart angucken beziehungsweise im tageschart würde es dann halt so aussehen dass wir hier etwas noch nach unten laufen wieder ein bisschen korrigieren das wäre in meinen augen gesund bevor der markt dann nach oben geht ob uns der markt den gefallen tut weiß ich nicht genau aber es ist auf alle fälle spannend weil wir haben hier eine schöne starke sauber nach oben laufende bewegung und für all diejenigen von ihnen die das ganze im kurzfristigen bereich auch traden wollen wir schauen hier einfach in die stunde was die stunde macht nehmen dann sozusagen die stunde als richtungsgeber und können dann aus den noch kleineren zeiteinheiten sozusagen die richtungsgebung des stunden trends für unseren handel entsprechend nutzen oder natürlich sie für ihren persönlichen handel an dieser stelle auch jan hittel einen schönen guten morgen hier in die runde von mir aus meinem handelsbüro also so viel zum us dollar japanischen yen auf der oberseite wenn die korrektur jetzt hier entsprechend einsetzen sollte im tageschart dann wäre hier der sichtliche im tagestrend nächste unterstützungspunkt hier dieser rot markierte bereich der war der widerstand dieser widerstand ist jetzt zur unterstützung geworden und der könnte dann wenn der markt hier nach unten läuft durchaus auch noch mal getestet werden also auf der unterseite haben wir hier eine wichtige unterstützung bezogen auf diesen aufwärts gerichteten trend hier hat der markt natürlich auch die möglichkeit noch bis hier runter in diesem von mir hell markierten bereich hier dieses grüne rechteck bei 110,242 aus trendsicht könnte er das ohne weiteres machen aber ja ich denke mal so stark wie der markt hier ist glaube ich wird der markt hier doch nicht ganz so tief korrigieren wenn er korrigiert aber wir lassen uns einfach mal überraschen elsem einen schönen guten morgen hier aus meinem handelsbüro auch an sie so und damit gehen wir zum nächsten währungspaar noch mit dem kleinen hinweis wenn sie fragen haben scheuen sie sich nicht direkt rein in den chart damit und dann können wir alles besprechen was sie hier zum trading auf dem herzen haben wir gehen jetzt in das währungspaar euro kanadischer dollar hier haben wir den währungs chart und der markt hat hier gestern interessantes getrieben beziehungsweise das beziehungsweise in den letzten tagen interessantes getrieben wir haben hier einen aufwärtstrend im markt liegen hier haben wir bewegung korrektur bewegung jetzt haben wir hier eine tiefe korrektur gehabt und der markt lief jetzt hier so ein stück weit nach oben ich mache das mal etwas größer wir hatten hier um den kursbereich von 154 395 154 4 ein limit liegen beziehungsweise einen widerstand liegen wo der markt noch nicht so richtig drüber gehen wollte beziehungsweise aktuell auch noch nicht drüber gehen wollte beziehungsweise aktuell auch noch nicht drüber gehen will heißt es ist irgendwo ein scheideweg schauen sie ich hab sie hier mal blau markiert der markt ist jetzt schon mal bis hier oben ran gelaufen ist gestern im tagestief hier tief runter gekommen also hat ungefähr die hälfte von diesem aufwärtsschub nach oben korrigiert also es ist etwas schwankungsbreit hier in den tagen das kann man gut aus den kleineren zeiteinheiten nutzen hier steht der markt jetzt an einer scheidelinie das heißt was wird hier passieren wenn wir hier nach oben laufen das heißt über diesen punkt drüber hinaus gehen über diesen hoch hochpunkt den wir hatten dann sie sehen es in dieser grüßen linie hier gekennzeichnet etabliert sich ein aufwärts trend der dann ohne weiteres das potenzial hat hier schön nach oben zu laufen er würde zum ersten dieses tageshoch hier um die 154 602 rausnehmen gefolgt dann von dem tageshoch bei 155 341 und dann hier haben wir den aktuellen das aktuelle hoch dieses trends bei 155 870 das ist die eine seite entscheidet sich der markt für diesen weg dann schön nach oben das wäre ein gutes zeichen für die jetzt beginnende trendfortsetzung das heißt da würde die bewegung schön hier entsprechend auch weiter laufen sollte der markt hier oben jedoch einen widerstand haben den er nicht so einfach überwinden kann dann wäre scheideweg nach unten die entscheidung das heißt hier könnte der markt erstmal noch etwas tiefer korrigieren erster anlaufpunkt wäre dann der bereich hier unten um die 152 866 hält der markt diese linie nicht dann wären hier unten sie sehen sie ich habe es ihnen markiert zwei weitere tagestiefs die relativ nahe liegen bei 152 664 und 152 471 der markt könnte rein theoretisch sogar bis hier runter korrigieren ohne diesen aufwärtstrend kaputt zu machen ich zeichne ihnen den trend nochmal an von dem wir hier entsprechend auch gehen und das wäre dann hier dieser trend bis dahin könnte das ganze korrigieren aber momentan sehen wir das noch nicht wir müssen einfach abwarten was die märkte machen aber das sind diese beiden ideen und diese ideen liegen halt da dafür sprechen wir ja hier und wir werden sehen was der markt macht um eine bessere entscheidungshilfe zu bekommen schauen wir einfach mal hier in den stunden chart hinein was der markt hier macht und da sehen wir sozusagen hier dieses bisschen hin und her getingelt zwischen diesen beiden marken hier dieser entscheidungsmarke dieser tiefpunkt dieser hochpunkt und jetzt kommt es halt wirklich darauf an dass der markt sich dafür entscheidet hier oben rein zu laufen also wenn man das ganze mal hier nimmt dieses nach oben dann tief korrigiert sozusagen in ganz ganz großem bild und dann hier oben laufen das wäre sozusagen die fortsetzung des ganzen wäre halt dann hier charmant wenn wir untergeordnet sozusagen dann hier das ganze in einem aufwärtstrend versehen könnten das heißt dann wäre diese geschichte würde dann entsprechend in irgendeiner art und weise so laufen und dann wäre das ganze als untergeordnetes bild hier doch interessant für die oberseite wenn das ganze sich allerdings nicht fortsetzen sollte wie schon gesagt gibt es den trend auf die unterseite das heißt das wäre dann nach unten weiter abwärts gerichtet hier sehen was ja auch die trend schwinge nach unten also es ist ein spannender bereich mit etwas hin und her nicht umsonst habe ich hier diese beiden bereiche auch markiert ist so eine art trading range irgendwann wird es die entscheidungshilfe geben und wir brauchen nur zu warten was der markt entsprechend an diesen punkten macht eltsam ich werde den neuseeland dollar us dollar sehr sehr gern beleuchten sobald ich mit den handelsideen fertig bin ich habe es gesehen bleiben sie kurz geduldig und dann kümmere ich mich auch direkt darum so also das zweite währungspaar für heute auch besprochen euro kann dollar auf der oberseite liegen dann sozusagen die ziele nach oben hin auf der unterseite haben wir sie nach unten gesprochen kommen wir dann also direkt zum wti ach der knaller was soll ich dazu sagen wir hatten ja schon die tage drüber gesprochen dass der markt hier oben ein bisschen angeschlagen aussieht was hier nach dieser massiv starken aufwärtsbewegung auch völlig normal ist nach so einem schub nach oben und den konnten wir im trading auch ganz gut nutzen kommt irgendwann mal ein zeitpunkt wo der markt ruht beziehungsweise ein stück weit korrigiert was haben wir jetzt hier wir haben die die situation gestern gab es den markt bericht es war der es war wahnsinn also die die prognose ist ja bei weitem unterschritten worden oder überschritten worden wie man sieht wir hatten einen rückgang von 12 ich glaube 12,6 millionen barrel das das war der wahnsinn letzte woche hatten wir glaube ich noch einen rückgang von etwas über 4 millionen also irre was hier passiert ist und das ist einfach ja etwas das 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 hat den markt komplett überrascht und in der in den in den vorwochen war es immer so gewesen wenn der markt so deutlich zurückgegangen ist das heißt wenn der verbrauch so viel stärker gewesen ist dann ist der markt meistens nach oben gesprungen gestern haben wir genau das gegenteil gesehen also das heißt wir haben ja um 16.30 die zahlen gekriegt lassen sie uns mal ganz kurz schauen ich hole mal kurz das ergebnis des ganzen hier mit rein einen kurzen augenblick so ich ziehe es mal kurz nach unten schauen wir einfach mal hier in den wirtschaftskalender hinein zu den entsprechenden zahlen von gestern und dann haben wir hier den öl markt bericht schauen sie gestern letzte woche entschuldigen sie letzte woche hatten wir einen zuwachs einen leichten zuwachs von 1,2 millionen barrel die prognose war ein rückgang von 4 4,4 millionen und es war tatsächlich ein rückgang von 12,6 also da hätte ich eigentlich alleine von dieser zahl damit gerechnet dass der markt schön ordentlich nach oben springt und hätte gesagt gut dann war es das jetzt erstmal mit der korrektur jetzt läuft der markt wieder hoch aber bumms denkste booste kuchen so war das nicht gewesen der markt lief hier runter hat dann einen abwärtstrend generiert hier ich zeige ihnen das mal das war bewegung wir hatten dann entsprechend hier die korrektur und dann hatten wir sozusagen hier dieses level dieser bereiche mit diesen spikes wo der markt runter ging da gab es dann in der stunde entsprechend diesen abwärtstrend und der es ist irre wo der gelaufen ist der ist um gute 4 dollar über 4 dollar ist der markt gestern nach unten gefallen und das dann sozusagen relativ direkt mit einem schub auf die nachrichten also das ist wahnsinn und jetzt haben wir hier die situation die wir hier beleuchten im tageschat ich gehe mal kurz zurück in den tageschat wir haben jetzt hier den ersten unterstützungsbereich angelaufen bei 70 69 da sind wir jetzt da steht der markt so ein kleines bisschen dorthin ist er zurückgekommen den hatte gestern angetest jetzt wird es halt spannend was hier passiert es gibt halt wie immer an diesen stellen zwei möglichkeiten entweder wir sehen eine etwas tiefere korrektur das heißt der markt könnte hier ohne weiteres auch nochmal diesen ausbruchsbereich auf der oberseite angehen den ich hier so leicht rot markiert habe bei 72 dollar in etwa das wäre mal der punkt ganz weit oben wäre es natürlich auch noch möglich dass wir hier nochmal in die in den bereich der 75 dollar beziehungsweise hier 74 66 in diesen bereich reingehen so weit könnte der markt korrigieren wir werden sehen was hier passiert also das wäre die oberseite es kann aber auch genauso gut passieren und das ist ein ereignis was wirklich nicht auszuschließen ist dass der markt hier schwach bleibt und wir doch ein deutliches stückchen noch tiefer korrigieren dann hätten wir unten noch die nächste anlaufpunkt von 69 45 beziehungsweise hier die 67 87 sie sehen ich habe diese unterstützung im normalfall mache ich die ja grün die unterstützung aber hier sind sie wieder magenta farben das kommt daher weil ich die untergeordnete zeiteinheit mir rausgesucht habe das heißt da habe ich mir den stundentrend mit zur hilfe genommen um einfach wichtige anlaufpunkte zu sehen und da sehen sie mal hier waren im endeffekt unterstützungsbereiche ganz leichte wo der markt ranlaufen kann hier haben wir ein ausbruchslevel bei 69 45 und hier unten haben wir ein korrektortief dieses aufwärtsschubs hier nach oben bei 67 87 das wären die punkte auf der unterseite und hier ist es jetzt halt wirklich sehr sehr spannend für das kurzfristige trading was macht der markt jetzt hier in der stunde gucken wir uns das nochmal an also wir sehen hier ganz leicht einen aufwärtstrand gebildet als gegenbewegung der korrigiert jetzt gerade und das das ist jetzt spannend zu sehen auch für diejenigen von ihnen die das sehr sehr kurzfristig sehen wer hier den korrekturhandel betreiben möchte der hat jetzt hier auf der stundenbasis natürlich einen aufwärtstrand den zeichne ich ihnen auch direkt mal ein wir nehmen dazu mal hier diese entsprechenden marken raus sonst wird das alles zu viel was wir dann im chart sehen und ich zeichne es hier an dieser stelle mal hier unten ein das sehen sie im kurzfristigen bereich da muss man halt auch relativ manchmal relativ klein schauen haben wir hier diesen entsprechenden aufwärtstrand der ist jetzt da und das schauen wir uns einfach mal in den kleinen zeiteinheiten an in den fünf minuten da sehen sie es ist nicht wirklich viel was hier kommt das heißt der markt ist hier runtergelaufen jetzt korrigiert er hier hoch an dieser stelle dieser korrektur trend wäre sozusagen in den fünf minuten erst einmal gebrochen wenn wir hier über diesen hoppala über diesen na über diesen punkt hier oben laufen wo der markt hier schon ran gelaufen ist also an die knapp 71 us dollar so und wenn der markt jetzt wieder hier nach oben dreht dann wird es sich sozusagen dieser trend in den fünf minuten nach oben etablieren und wir hätten hier ein bisschen anlaufpunkt für entsprechenden markt nach oben das heißt wenn es der markt schafft tatsächlich hier in etwas korrektur modus zu gehen haben wir hier die chance etwas nach oben zu laufen das muss man dann wirklich sehen wie es der markt macht das wäre dann sozusagen wenn man von der technischen seite her betrachtet so der klassische korrektur handel aber die stunde steht definitiv entsprechend hier gegen uns das heißt wir müssen einfach schauen was hier passiert aber sie sehen ja es ist an dieser stelle auch für beide handelsseiten für die long richtung als auch die short richtung der markt es ist was drinnen diejenigen von ihnen die wirklich die geschichte im trend betrachten wollen wir haben jetzt hier massiv einen schub nach unten gehabt die stunde läuft hier leicht aufwärts wenn sie weiter nach oben läuft hier oben wäre es dann die trendfortsetzung bei knapp 70 92 in der stunde wenn sie aufwärts läuft dann wären halt potenziale noch ein bisschen was nach oben da hier sehen sie es wir haben hier einen stundenhoch das kam von 22 uhr gestern abend bei 71 21 da ist im kurzfristigen bereich auch einiges drinnen für diejenigen die sagen wir warten mal ab bis die korrektur zu ende ist die warten dann einfach bis die stunde entsprechend wieder nach unten läuft also das hier zum ölmarkt und damit gehe ich mal direkt in den wunschmarkt rein und zwar neu sehen neuseeland dollar us dollar so wo ist er hier kleinen augenblick neuseeland dollar ich glaube da ist oben drinnen hier haben wir neuseeland dollar us dollar gucken wir uns das ganze mal im entsprechenden tageschat an wir hatten den markt ja gestern schon mal etwas besprochen in einer handelsidee und hier sehen wir hier was der markt entsprechend macht also er kam halt gestern entsprechend auch schön tief nach unten raus und ist hier entsprechend unter die widerstandsbereiche beziehungsweise die unterstützungsbereiche also unter das tagestief vom vorgestern drunter gelaufen also steht jetzt schön wieder in einer bewegung drinnen ich mache das mal ganz noch etwas groß für sie beziehungsweise zuerst mache ich es mal noch etwas kleiner damit wir hier nach unten noch die wichtigen anlaufpunkte sehen wir hatten ja gestern hier in diesem bereich in diesem markt hier ein ziel erstmal reingesetzt in den markt eine unterstützung wenn der markt diese tagestiefs hier nach unten mit wegnimmt haben wir erstmal na klar das bewegungstief hier unten als anlaufpunkt und dann das nächste hier an diesen an dieser tiefmarke kleinen augenblick ich mache mal den cursor wieder um so als kreuz hier unten haben wir eine eine einen bereich wo der markt ohne weiteres auch noch ran laufen kann das wären dann hier unten so die liegen relativ eng aneinander ich hoffe das können sie so ein bisschen gut erkennen da haben wir einiges liegen was da noch am markt abgefischt werden könnte heißt ich suche das jetzt wieder für sie groß gucken wir uns das ganze mal an also was wir hier jetzt haben ist halt der markt gestern hat er schön das gemacht was wir sozusagen entsprechend auch wollten was wir hier nach unten hin partizipiert haben oder antizipiert haben in diesem schwung nach unten das tagestief hier ist abgeholt worden jetzt kann bei weiter abwärts laufender dynamik hier natürlich das nächste tagestief bei 067 362 angelaufen werden bevor wir dann hier in diesen bereich unten reingehen um dieses bewegungstief hier bei 066 882 und hier mit blick in den stundentrend da sehen wir auch kleinen augenblick auch hier so mich das ganze noch mal für sie rum dass wir einen schön wunderbar laufenden abwärtstrend haben ja der momentan etwas in seine korrektur herein läuft also das ist alles sehr 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 gesund was wir hier sehen und hier wäre es jetzt halt spannend zu sehen was macht der markt denn weiter das heißt wie geht es weiter interessant wäre es wenn wir hier einfach den hochlauf sehen bis wohin auch immer das werden wir wirklich sehen und dann entsprechend einen rücklauf hier nach unten und da ist es immer interessant wenn man sich mal die nächst kleinere zeitanheit noch anschauen das heißt wenn wir uns hier mal beispielsweise die 5 minuten anschauen dann sehen wir hier jetzt sozusagen sehr sehr schön den schub nach oben den wir jetzt haben jetzt läuft der trend in den 5 minuten erstmal aufwärts also das ist das was wir entsprechend sehen wollen sie sehen ja hier die trendbewegung entsprechend nach unten jetzt ist dieser trend hier gebrochen worden der markt läuft hier schön nach oben und wenn dieser 5 minuten aufwärts trend dann irgendwann beendet ist das ist dann ein zeichen für die umkehr der nachfrage und dann wäre es für mich wieder zeit hier das ganze anzupacken auf die unterseite zu traden weil dann drehen die 5 minuten wieder in richtung der stunde und die stunde läuft dann in richtung des tages und das wäre dann damit hier das dann laufen die 5 minuten wieder runter in der stunde und wenn wir uns die stunde anschauen die stunde läuft dann wieder nach einer kleinen korrektur in richtung des tages rein das wäre dann an dieser seite eine sehr sehr interessante situation was aus technischer sicht wenn wir einen rein technisch getriebenen markt haben natürlich sehr sehr interessant was hier an dieser stelle natürlich noch wichtig ist ist mal zu schauen ob es denn heute noch wichtige nachrichten am markt in neuseeland beziehungsweise kanada gibt da können wir einfach noch mal kurz in den wirtschaftskalender hier hineinschauen gucken wir mal auf den filter nehmen wir mal deutschland eurozone und die usa raus und dann schauen wir mal noch auf neuseeland hier haben wir neuseeland und dann haben wir noch kanada so ich hoffe ich finde es jetzt ich bin gerade blind ne ich sehe kanada gerade nicht okay das will ich jetzt hier nicht zu weit entsprechend ausdehnen heißt wir gucken uns einfach mal hier wenigstens mal neuseeland an also wichtig ist was ich hiermit sagen möchte ist dass sie sich wenn sie solche währungspaare traden immer auch darüber einig sind dass sie die nachrichten entsprechend auch anschauen das heißt hier wichtigerweise dass sie immer wissen kommen denn nachrichten so wir sehen es halt hier aus neuseeland gibt es heute keine ich habe jetzt hier aus irgendwelchen gründen doch wir bekommen aus neuseeland aber das ist schon durch 0,45 preisindex für nahrungsmittel ist erledigt da brauchen wir nicht drauf zu achten ich habe jetzt hier sozusagen kanada in dieser liste nicht gefunden vielleicht habe ich mich nur verguckt aus zeitgründen ich wollte das nicht überdehnen aber wenn sie diesen markt traden schauen sie halt auch immer auf interessante nachrichten die in diesem bereich kommen weil die können immer für ordentlich bewegung sorgen ich bekomme gerade die information zweite spalte ganz oben dann gucken wir doch noch mal rein olaf ganz lieben dank für die information so gucken wir noch mal hier in den filter rein zweites ach kanada ich denke in englisch alles klar super das ist manchmal so wie es ist so gut das hören tickt halt wie es tickt und wir haben jetzt hier wir bekommen aus kanada den preisindex für neue häuser ja gut ich glaube nicht dass das so massiven auswirkungen haben sollte auf die märkte aber haben sie es mal im rahmen ich habe zu wenig erfahrung ob das jetzt wirklich massive auswirkungen auf den auf dieses währungspaar haben kann es ist da die nachricht kommt wir werden sehen was der markt daraus macht und an dieser stelle hoffe ich wieder ein paar interessante einblicke für sie gegeben zu haben ich wünsche ihnen gute trades morgen ist wieder freitag da schauen wir auf die wochenvorschau der nachrichten wir schauen uns mal an was bei den großen indizes passiert ist und im edukativen teil da gibt es diesmal etwas mehr praxis wir hatten ja letzte woche das trading der nonfarm payrolls und diese woche möchte ich freitag einfach mal in die nfp daten reinschauen und mit ihnen gucken was kann man denn mit diesen daten überhaupt alles anfangen welche sage ich mal indikatoren stehen da drin und was kann entsprechend für die langfristige entwicklung an den markten daraus auch antizipiert werden und damit sage ich für heute auf wieder schauen bis morgen um 8.30 Uhr wer mag bleibt auch am schirm dran um 9 Uhr haben wir jetzt gleich hier wieder bei Tickmill ein live trading sie sehen heute geht das ganze schlag auf schlag also in diesem sinne ich freue mich und bedanke mich bei ihnen für die ordentliche schöne mitarbeit es macht nochmal spaß mit ihnen zu interagieren und wünsche ihnen gute trades bis morgen ihr Mike Seidel aufераur geriet 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 Vielen Dank.